Ein paar Leute mehr mit mir. Kriegt ihr das Sinn? Ich möchte nicht nur diese zwei Mille-Kister gleich laufen sehen. Ich möchte auch nicht nur sein Radius sehen. Ich möchte einen verdammt großen Zirkelpitz sehen. Ich bin mir sicher, ihr kriegt das Sinn. Ihr lauft einfach den Vordergrund hinterher und schnapp euch am besten noch nebenan. In diese Richtung, so groß es geht. Nein, nein, nein. Gut schon. Ja, das ist groß. Weiter, weiter. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.